Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir hier rein mit der nächsten Episode der FIFA 21 Karriere mit 1860 München. Und für die Leute, die es nicht mitbekommen haben und sich gewundert haben, wo waren denn in der Woche die Folgen? Ja, es ist jetzt so, in der Woche, dienstags und donnerstags, kommt immer die Train2Glory Karriere und am Wochenende, also am Sonntag, kommt immer die TSV 1860 München Karriere. Dafür machen wir diese Folgen jetzt ein bisschen länger. Das heißt, ich denke, eigentlich hat da jeder was von, sowohl die Leute, die die 1860 Karriere schauen wollen, als auch die Leute, die eine neue Karriere sehen wollten. Und ich hoffe so, dass das auch alles weiterhin gut ankommt. Bisher muss ich sagen, die Train2Glory kam richtig, richtig gut bei euch an. Danke auf jeden Fall auch hier schon mal nochmal dafür. Und jetzt würde ich sagen, aber starten wir schon rein in diese Folge, denn es geht direkt weiter in der Bundesliga. Wir stehen richtig, richtig gut da, muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen. Und es geht weiter für uns gegen RB Leipzig. Das wird kein ganz einfaches Spiel, aber normalerweise sind wir schon der klare Favorit, wenn man sich jetzt einfach mal die Tabellenpositionen anguckt. Aber wir hatten immer Probleme gegen RB Leipzig, nur in dieser Saison bisher noch nicht. Das Hinspiel haben wir sehr, sehr easy gewonnen. Ich würde sagen, wir starten rein mit dieser Elf, das ist das Beste, was wir haben. Ich würde sagen, das erste Spiel machen wir mal in der Simulation. Schauen wir mal, ob wir uns hier gegen Leipzig wieder so einfach tun wie im Hinspiel. Allerdings haben wir im Hinspiel gespielt, das könnte durchaus einen Unterschied machen. Nach 10 Minuten gibt es jetzt hier einen Freistoß für uns. Lorenz wird ihn wohl treten. Lorenz gefährlich nach Schuss. Kosozuna macht hier das 1 zu 0. Der Typ ist aktuell auch richtig gut drauf, was Tore schießen angeht. Also in den letzten Spielen wird er noch zum richtigen Goalgetter. Jetzt hier Leipzig mit einem Konter und den spielen sie gut aus. Und sie machen das 1 zu 1. Ja, wenn man sich die Ballbesitzquote anguckt, ist das nicht wirklich verdient. Ja, aber es ist halt Leipzig. Kontern können die auf jeden Fall richtig gut. Da hatten wir schon immer Probleme gegen sie. Kurz vor der Halbzeit jetzt hier vielleicht noch eine Chance für uns. Und all der macht in der 45. Spielminute das überfällige und absolut verdiente 2 zu 1. Weil Besitz technisch sind wir mittlerweile einfach bei 70%. Das spricht alles dafür, dass wir das einfach verdient haben, hier mit 2 zu 1 vorne zu sein. Aber schusstechnisch sind wir hier schon klar vorne. Dementsprechend geht ein 2 zu 1 hier zur Halbzeit auf jeden Fall klar. Hoffen wir, dass wir den Schwung mit in die zweite Halbzeit nehmen können. Und dann in der zweiten Halbzeit hier hoffentlich direkt nochmal nachlegen können. Und dann eventuell das Spiel schon frühzeitig entscheiden. Jetzt hier die Chance und Leipzig nutzt die erste Chance in der zweiten Halbzeit. Und sie machen den Ausgleich. Ja, soviel zum Thema, wir können den Schwung mitnehmen. Nein, Leipzig direkt mit der Antwort und sie machen hier den Ausgleich. Aber jetzt kommen wir hier wieder mit Lorenz. Und Lorenz macht hier in der 62. Spielminute das 3 zu 2 wieder. Ja, ganz interessantes Spiel hier. Geht immer hin und her. Beide Mannschaften machen hier richtig viele Tore. Ich meine, knapp über 60 Minuten sind gespielt und wir haben hier schon 5 Tore gesehen. Hier kann auch einiges passieren. Kurz vor Schluss können wir hier den Deckel drauf machen. Und das tun wir. Emil Lorenz macht seinen zweiten Treffer hier. Trifft zum 4 zu 2. Und das ist hier natürlich so kurz vor Schluss auf jeden Fall die Entscheidung. Der Schiri könnte jetzt jede Sekunde abpfeifen. Jetzt tut er es und wir holen auch im zweiten Spiel dieser Saison gegen RB Leipzig wieder 3 Punkte. Wir waren auch hier klar die bessere Mannschaft. Nicht ganz zu überlegen, wie wir es im ersten Spiel dieser Saison waren. Aber das müssen wir auch überhaupt nicht sein. 3 Punkte gegen den richtig guten Gegner mitgenommen. Auch wenn sie dieses Jahr ihre Probleme haben mit der Tabelle, wenn man danach zumindest mal geht. Aber wir nehmen die 3 Punkte mit und damit sieht es in der Tabelle für uns weiterhin richtig gut aus. Wir machen richtig Druck, was Platz 1 angeht. Und jetzt sind wir hier am Deadline Day des Transferfensters. Die letzten 10 Stunden werden jetzt hier noch verrinnen. Wie gesagt, wir werden nicht mehr wirklich was machen. Transfer-Tennis spielt mit der Mannschaft für diese Saison erstmal absolut zufrieden. Im nächsten Sommer, da können wir durchaus überlegen, ob wir die ein oder andere Position nochmal verbessern wollen. Um dann auf den Champions League-Titel voll anzugreifen. Und natürlich auch auf die Meisterschaft. Aber da haben wir auch dieses Jahr theoretisch schon eine Chance. Müssen wir mal schauen, wie das läuft. Aber, naja, mal sehen. Was noch für Angebote reinkommen? Eventuell werden wir noch den einen oder anderen Backup-Spieler verkaufen, den wir nicht brauchen. Ja, aber von unseren Stammspielern, denke ich, wird uns keiner mehr verlassen. Interessantes Angebot, was wir hier bekommen für Mantel, unseren ersten Torhüter. Ja, will Bologna einfach Olsen uns hier geben. Ich bin ein 83er-Flügelspieler. Also, ja, ich werde keinen Top-Tor-Hüter gegen einen Flügelspieler tauschen. Also, nee, das ergibt keinen Sinn. Und hier kommt nochmal ein richtig fettes Angebot rein für Vieira Aldea. Aber, ganz klar, er ist aktueller Top-Tor-Schütze der Bundesliga. Den werden wir jetzt garantiert nicht abgeben. Ich wollte ihm im Sommer eventuell abgeben. Eventuell auch im nächsten Sommer wieder, weil er einfach nicht mehr so richtig viel Entwicklungspotenzial hat. Aber, ey, ich werde ihn nicht in der Mitte der Saison abgeben, wenn er aktueller Top-Tor-Schütze der Liga ist. Also, das ergibt auch keinen Sinn. Dementsprechend, tut mir leid, Inter, ihr bekommt ihn nicht. Und auch PSG wartet hier nochmal mit einem, in Anführungszeichen, großen Angebot auf. Für Emil Lorenz aber 114 Millionen. Oh, sie geben noch einen Spieler dazu. Ich wollte gerade schon sagen, weil 114 Millionen wäre eine absolute Frechheit gewesen. Aber auch, ja, den Typen uns dazu zu geben, ich weiß ja nicht. Also, wenn ich Lorenz verkaufen wollen würde, dann halt safe für über 200 Millionen. Und da sind sie nun wirklich weit von weg. Mal davon abgesehen, dass wir Lorenz garantiert nicht verkaufen werden. Und damit beginnt hier die letzte Stunde. Sie verrit besser gesagt. Und damit ist das Transferfenster geschlossen. Ja, ihr habt es gesehen. Ein paar relativ große Angebote kamen tatsächlich noch rein. Aber wir haben alles abgelehnt. Es ist also transfertechnisch gar nichts mehr passiert. Jetzt steht hier für uns das Viertelfinale im DFB-Pokal an. Es geht gegen die Gladbacher. Auch die haben keine überragende Saison. Aber eine okaye Saison. Stehen in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 9. Schon ein gutes Stück hinter uns. Aber natürlich, Gladbach darf man nie unterschätzen. Die haben durchaus immer eine gute Mannschaft. Also denke ich mal auch, dass sie hier durchaus ein schwerer Gegner sein werden. Von der Mannschaft her gibt es natürlich wieder Änderungen. Hiller im Tor ist klar, ist ein Pokalspiel. Dann Traore im Sturm. Würz kommt wieder ins Mittelfeld. Und ansonsten bleibt alles beim Alten. Wir wollen das Spiel natürlich auch wirklich seriös angehen und gewillen. Ich würde auch sagen, dass wir das Spiel spielen und es dann gleich hier wieder sehen. Im Borussia-Park. Und damit jetzt hier herzlich willkommen im Borussia-Park zum DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen der Heimannschaft Borussia Mönchengladbach und uns, dem TSV 1860 München. Wir sind natürlich in der klaren Favoritenrolle. Das muss man schon ganz ehrlich so sagen. Wir spielen einfach eine unfassbar gute Saison. Und wenn wir hier gewinnen, stehen wir einfach schon im Halbfinale. Und wenn man mal den Turnierbaum ansieht, ist die linke Seite da deutlich, deutlich schwieriger. Aber Bayern trifft auf Dortmund. Das heißt, eine gute Mannschaft wird auf jeden Fall schon mal rausfliegen. Ja, ich würde tatsächlich vermuten, dass die Bayern rausfliegen. Die spielen keine gute Saison. Haben auch letztens in der Liga gegen tatsächlich Dortmund verloren. Was ich noch interessant finde, kurzer Side-Fact hier. Gerade kam die Nachricht, Ante Rebic hängt bei den Gladbachern nach dieser Saison seine Fußballsteuer in den Nagel. Da sieht man einfach mal, wie lang wir hier einfach schon an dieser Karriere spielen. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir rein ins Spiel. Die Gladbacher hier mit der ersten Chance. Und sie gehen direkt mit dem ersten Abschluss in Führung. Und ich glaube, es war der gerade angesprochene Ante Rebic? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Hat der kein Player-Face? Ne, sieht nicht so aus. Ja, 1-0 für die Gladbacher. Ja, leicht gespielt. Wir sind auch nicht so richtig wach gewesen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und klar, wir haben auch Hiller jetzt hinten drin, nicht Mantel. Das ist natürlich schon eine andere Güteklasse an Keeper. Aber jetzt kommen auch wir hier das erste Mal mit Wirtz. Ja, den verzieht er doch wieder mal kläglich. Also Wirtz, ich weiß nicht. Im Abschluss gefällt er mir einfach echt nicht. Ist ja ein Riesentalent, entwickelt sich auch echt gut bei uns. Aber abschlusstechnisch, da hapert es echt ein bisschen. Wieder gut gespielt. Dieses Mal ist Otto frei durch. Und auch Otto vergibt hier kläglich. Er scheitert aber immerhin am Keeper und schießt nicht einfach vorbei. Aber wir müssen jetzt hier mal mindestens den Ausgleich gemacht haben. Und jetzt kommt Gladbach hier mit einem Konter. Das kann auch richtig gefährlich werden. Wirtz. Sagal, holt sich da den Ball. Ist frei durch. Sagal, er nutzt die Chance. Und er macht das 1 zu 1 in der 19. Spielminute. Und der Ausgleich ist hier absolut überfällig. Nach dem 1 zu 0 der Gladbacher kam von ihm gar nichts mehr. Wir haben das Spiel komplett in unsere Hand genommen. Und hatten dann auch noch zwei richtig gute Chancen. Wir haben natürlich ein bisschen Glück, dass der Verteidiger den Ball da nicht besser verteidigt. Ansonsten normalerweise muss er den natürlich haben. Aber sagal, nutzt das eiskalt aus. Und wir sind wieder im Spiel. Gladbach hier. Wenig geschockt vom Ausgleich. Und sie gehen wieder in Führung. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Eigentlich hatten wir das Spiel wirklich gut unter Kontrolle bis zum Ausgleich. Danach haben wir wieder ein bisschen nachgelassen. Und die Gladbacher bestrafen das wieder eiskalt. Kondogbia mit dem Treffer. Im Übrigen war der erste Treffer nicht André Bitsch. Hatte mich schon gewundert. Das war Bialek. Dementsprechend, das nehme ich zurück. Aber trotzdem. Ist natürlich blöd, dass wir hier wieder direkt in Rückstand geraten, nachdem wir gerade erst den Ausgleich geschossen hatten. Traore hat jetzt hier die Möglichkeit. Und er macht ihn. Wir machen direkt den Ausgleich. 35. Spielminute. Das Spiel ist wieder auf 0 gesetzt. Ja, aber ich verstehe nicht so ganz. Dass wir unsere Mannschaft das immer so machen muss, dass sie jetzt hier wieder aufdreht, sobald es nötig ist. Aber dann wieder runterfährt, sobald es nicht mehr nötig ist. Hier wieder einfach und schnell gespielt. Traore mit einem guten Abschluss. Der ist ja sowieso, was Pokalwettbewerbe angeht, ein absolutes Biest. Schöner Ball von Traore auf Sagal. Und der überlopft den Torhüter. 37. Spielminute. Und wir gehen hier in Führung. Jetzt scheint die Mannschaft wach zu sein. Ganz, ganz schneller Doppelschlag hier. Und die Gladbarra. Ja, die müssen jetzt ein bisschen am Boden liegen. Gerade noch geführt. Und jetzt liegen sie hinten. Aber was ein starker Ball von Traore. Und natürlich auch der Abschluss von Sagal. Einfach perfekt gemacht. Konterchance für uns. Jetzt könnten wir es vielleicht schnell spielen. Traore. Man sieht da den mitgelaufenen Lorenz. Der kann jetzt vielleicht nochmal zurücklegen. Da ist Rayo. Guter Konter. Aber leider nicht perfekt ausgespielt. Wagnumann bekommt hier noch die gelbe Karte. Die hat er sich verdient. Das V war wirklich ein bisschen unnötig. Habt ihr zwar nicht gesehen, aber es war ein bisschen unnötig. Aber ey. Guter Angriff von uns. Leider nicht belohnt worden. Und damit geht hier die erste Halbzeit zu Ende. 3 zu 2 also für uns. Unsere Mannschaft ist dann zum Glück doch nochmal aufgewacht. Aber was uns in den letzten Spielen leider so ein bisschen abgeht. Ist die solide Defensive. Das muss man glaube ich ganz ehrlich so sagen. Das war am Anfang der Saison wirklich mal eine Stärke von uns. Dass wir wenig Gegentore kassiert haben. Jetzt in den letzten Spielen deutlich mehr. Gegen Leipzig wieder ordentlich was. Heute gegen Gladbach in einer Halbzeit wieder zwei. Ja, das müssen wir wieder ein bisschen in den Griff kriegen. 70 Minuten sind jetzt hier in der zweiten Halbzeit gespielt. Bisher passiert in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich weniger als in der ersten. Allerdings, ja, Gladbach nicht wirklich gefährlich. Aber immer mit so einem... Ja, man hat immer das Gefühl, gleich könnte irgendwas passieren. Und auch bei uns aber. Also beide Mannschaften können hier jederzeit einen Treffer machen. Das ist ein ganz, ganz komisches Spiel. Die Gladbacher kommen aber immer wieder in diese Situationen. Und da haben wir immer Glück, dass wir gut stehen. Und sie dann zum Glück nicht zu gefährlichen Abschlüssen kommen. Und wir können dann immer wieder schnell umschalten. Und dann traurig auf Sagal, Sagal scheitert hier am Keeper. Das war die Riesenchance, den Sack hier zuzumachen mit einem 4 zu 2. So bleibt es hier auch 15 Minuten vor Schluss noch richtig spannend. Und damit ist das Spiel hier aus. Wir stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Nach einem Spiel, wo wir uns durchaus schwerer getan haben, als man das vielleicht vor dem Spiel hätte erwartet. Aber am Ende, ja, sind wir eine Runde weiter. Das soll hier das Entscheidende sein. Man muss natürlich trotzdem ankreiden, dass die Mannschaft, sag ich mal, die ersten 20 bis 30 Minuten echt noch nicht so richtig auf dem Platz war. Und dass sie das sich erst so ein bisschen erarbeiten mussten, dass sie hier reinkommen. Das ist natürlich schon ein kleines Problem und kann uns gegen große Gegner auf jeden Fall auch mal ein Spiel kosten. Heute haben wir uns hier am Ende aber doch noch durchgesetzt und stehen somit verdient im Halbfinale. Und es geht direkt wieder gegen die Gladbacher. Dieses Mal aber in der Bundesliga. Da stehen sie auf Platz 9. Das habe ich ja vor dem DFB-Pokalspiel schon gesagt. Also auch hier, wir haben sie gerade erst im DFB-Pokal geschlagen. Und das mit einer etwas schlechteren Mannschaft, als wir wirklich haben. Jetzt kommt nämlich Mantel wieder rein und auch Aldea kommt wieder rein. Das heißt, normalerweise sollten wir hier eigentlich keine Probleme haben. Aber trotzdem, ja, Gladbach, wie gesagt, darfst du nicht unterschätzen. Wir starten rein und wir gewinnen am Ende mit 2 zu 1, Stiller und Aldea, die Torschützen. Und das ist absolut verdient, wenn man sich ja mal die Schüsse und die Chancen anguckt. Also, wir nehmen hier ganz verdiente drei Punkte mit. Wir siegen die Gladbacher direkt zweimal in einer Woche und somit bleiben wir daran. Dortmund ist unser großes Ziel in der Tabelle. Wir müssen nur hoffen, dass sie nochmal federn lassen. Und hier geht es weiter in der Bundesliga. Nächster Gegner ist der SC Freiburg. Auch das normalerweise eine Mannschaft, die wir durchaus besiegen sollten. Platz 13 für sie. Ja, von der Mannschaft her gibt es einen Wechsel. Chuchis darf jetzt mal auf den rechten Flügel ran. Der ist nämlich ein bisschen unglücklich, weil er diese Saison echt wenig Einsatzzeit bekommt. Aber Rayo ist halt einfach wirklich ein bisschen, ja, der geilere Spieler, so ein Zockner. Das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Deswegen spielt er bei mir ein bisschen mehr. Aber Chuchis hat sich auf jeden Fall auch verdient, hier mal Einsatzzeit zu bekommen. Ist ja auch schon ziemlich lange bei uns. Ich würde sagen, auch das Spiel können wir fix simulieren. Und wir verlieren. Wir verlieren. Wenn ich mich nicht irre, haben wir auch schon in der Hinterrunde gegen die Gladbacher Punkte. Die Gladbacher gegen die Freiburger Punkte liegen lassen. Und das, obwohl wir wirklich die deutlich bessere, oder deutlich in Anführungszeichen, so deutlich jetzt auch nicht, aber ein bisschen besser. Von den Schüssen her zumindest. Chuchis, ah, kein guter Abend, ne? Kein guter Abend. Wurde direkt wieder ausgewechselt in der 47. Oh, hat er so schlecht gespielt, dass man ihn direkt rausnehmen musste? Oder woran lag das? Ging sogar, ne? Ging sogar eigentlich. Aber trotzdem, das sind wieder ärgerliche Punkte, die wir hier liegen lassen. Und jetzt geht es hier für uns in der Europa League weiter. Es geht gegen den OGC Nissa. Das wird ein richtig interessantes Spiel, als das hinspielt in der Europa League. Der Runde der letzten 32. Da müssen wir auf jeden Fall ein gutes Spiel am Lall liefern. Und am besten natürlich kein Gegentor kassieren. Top-Torschütze in diesem Wettbewerb ist immer noch Trauré. Der wird aber nicht beginnen bei uns, sondern halt ja, denn wir spielen mit unserer besten Elf. Ich bin auf dem Trim. Ich möchte jetzt dieses Jahr irgendeinen Titel gewinnen. Ist der DFB-Pokal, ist es die Europa League oder die Meisterschaft, das ist mir komplett egal. Am besten natürlich alle drei. Wird aber schwer. Aber ich möchte irgendwas gewinnen. Das heißt, wir werden alles geben. Das hat auch eine Auswirkung auf der Torhüterposition. Denn das wird das letzte Spiel von Hiller im Tor diese Saison sein. Außer Mantel verletzt sich. Im DFB-Pokal stehen wir im Halbfinale. Ab da würde ich dann gerne eigentlich mit der besten Elf spielen. Und Mantel ist nun mal einfach sieben Gesamtstärken besser. Das heißt, dann würde ich gerne den besseren Torhüter spielen lassen. Gleiches gilt hier in der Europa League. Wenn wir hier weiterkommen und dann im Achtelfinale spielen, ja, dann würde ich schon eigentlich gerne mit einem Top-Torhüter spielen und nicht mit Hiller. Deswegen denke ich, dass es auch für alle okay ist, beziehungsweise auch für Hiller okay ist, wenn er weiß, ja, ich bin halt einfach nicht so gut, dass wir dich noch spielen lassen können. Wir behalten jetzt Nummer zwei natürlich ganz klar. Aber ich denke einfach, dass das dann an der Zeit ist, hier einen neuen Torhüter einzusetzen für diese Spiele. Jetzt mache ich noch kurz die Pressekonferenz. Und dann sehen wir uns aber im Hinspiel der Runde der letzten 32 gegen Nizza. Und damit jetzt hier herzlich willkommen zu einem Europa League Abend, beziehungsweise eher einer Europa League Nacht hier in München im Grünwalder Stadion. Immer noch lustig in so einem kleinen, aber doch ehrwürdigen Stadion, hier ein Europa League Spiel auszutragen. Ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr dann Champions League Spiele drin austragen dürfen. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf die Europa League. Nizza sicherlich eine Mannschaft, die wir durchaus besiegen sollten, aber natürlich trotzdem wieder ein schwerer Gegner. Darf man nicht unterschätzen. Und es ist natürlich hier die K.O.-Phase. Wir brauchen ein gutes Ergebnis hier im Hinspiel, um dann im Rückspiel den Einzug in die nächste Runde klar zu machen. Wirtz holt sich da außen den Ball, spielt den Ball rein und da ist Rajo am zweiten Pfosten. Siebte Spielminute, 1 zu 0. Und das ist absolut verdient, wenn man sich hier die ersten Minuten anguckt. Denn, ja, Nizza hatte noch nicht einmal den Ball. Wir hatten Anstoß, haben angestoßen, Ball gehabt, nach vorne gespielt. Schon ein paar gute Abschlüsse gehabt, die aber leider nicht zum Tor geführt haben. Und jetzt hier, der ist drin. Ja, eiskalt ausgespielt. Das kann ein lustiger Abend werden, wenn es hier so weitergeht. Jetzt haben wir hier Aldea in einem 1 gegen 1 Duell gegen den Verteidiger. Setze ich da gut durch. Leider hält der Keeper aber auch gut. Somit bleibt es hier beim 1 zu 0. Ja, aber Nizza ist bisher doch ziemlich überfordert mit uns. Und wir kommen hier nochmal, starker Ball von Sarkal auf Würz. Und Würz macht hier in der 15. Spielminute das 2 zu 0. Ja, hier läuft alles für uns. Nizza hat überhaupt keine Chance. Die Jungs sind absolut da. Geben hier 100 Prozent. Und das ist für jeden Gegner diese Saison wirklich eine Gefahr. Wir haben schon Mannschaften abgeschossen, bei denen es keiner erwartet hätte. Und wenn Nizza hier so weitermacht, dann kann das ein ganz, ganz bitterer Abend werden für sie. Rajo in der Mitte. Lorenz dabei. Auf der anderen Seite kommen aber nochmal Leute mit Würz. Der Typ ist sowas von blind vorm Tor. Das ist unfassbar. Ey Junge, wie kannst du denn da den Verteidiger noch abschießen? Vielleicht ja durch die anschließende Ecke, aber direkt die Redemption. Und das tun wir. Wieder ist es Kossasuna. Der Typ ist eine absolute Maschine geworden. Was Tore angeht, nach Ecken. Macht er richtig, richtig stark hier. Aber auch wieder durch eine gut getretene Ecke. Lorenz bringt das Ding da punktgenau rein. Ja, Kossasuna setzt sich dann eiskalt im Kopfballduell durch. Er trifft nicht den Verteidiger, der auf der Linie steht und macht hier das 3 zu 0. Ja, wie schon gesagt, das wird ein bitterer Abend für Nizza, wenn das so weitergeht. Und das sieht danach aus. Langer Ball von Sargal. Und plötzlich stehen wir hier in einer 3 gegen 1 Situation. Und der Ball war eigentlich richtig schlecht gespielt. Aber so schlecht verteidigt, dass Aldera trotzdem nochmal rankommt. Das vierte Tor hier markiert. Also das wird ein ganz, ganz bitterer Abend hier für Nizza. Die haben überhaupt keine Chance. Die sind wirklich klassisch schlechter als wir. Ja, und wenn man das dann aber auch so verteidigt, muss man sich auch nicht wundern, wenn dann so eine Offensiv wie unsere dann auch ein paar Tore macht. Otto über Außen. Perfekte Flanke. Aber wird's. Aber wird's. Also abschlusstechnisch, es bleibt dabei. Der ist da echt schlecht. Klar, der war nicht ganz einfach, aber trotzdem. Und damit geht hier die erste Halbzeit auch vorbei. Ja, ganz, ganz klare Sache hier. 4 zu 0. Super einseitig. Ich glaube, viel einseitiger geht es fast nicht mehr. Die haben überhaupt nichts aufs Tor gebracht. Absolut ungefährlich. Ja, wir spielen die komplett an die Wand. Das wird ein ganz, ganz harter Abend für sie. Für uns macht's natürlich Spaß. Und die nächste Runde ist eigentlich schon sicher. Das belegen hier auch nochmal eindrucksvoll die Zahlen. 10 zu 0 Schüsse. Sieben davon aus Tor. Eine Ballbesitzquote von 63%. Das ist überragend viel, wenn ich spiele. Ich bin normalerweise jemand, der eher weniger Ballbesitz hat und auf schnelle Umstandmomente setzt. Aber wir sind so überlegen, dass wir sogar selbst da klar vorne sind. Ja, Schussgenauigkeit 70 zu 0 logischerweise. Passgenauigkeit ist bei uns auch besser. Also, ja, das ist eine sowas von eindeutige Sache. Angelo Stiller, viel Platz, legt den Ball raus auf Lorenz. Der nimmt den Direkt-Rajou mit dem Nachschuss. Ja, 48. Spielminute. 5 zu 0. Es wird nicht besser in der zweiten Halbzeit. Sie hatten Anstoß, da muss man nochmal dazu sagen. Sie hatten Anstoß, haben den Ball eine Station zurückgespielt. Dann Alder den Ball in die Füße gespielt. Wir hatten den Ball zurück. Und daraus ist dann das hier entstanden. Die spielen unfassbar schlecht. Wagnumann mit der Schusschance. Außenverteidiger, die vorne auftauchen. Ach, du Kacke. Also, das war ja noch schlechter als Würzabschluss. Xavi Simmonds, nochmal viel Platz hier für Traore. Und der Top-Torschütze dieses Wettbewerbs darf sich hier auch noch eintragen. Macht hier das 6 zu 0. Wir haben es in der zweiten Halbzeit doch deutlich ruhiger angehen lassen als in der ersten. Haben ein bisschen mehr Ballbesitz an den Gegner gegeben. Und wir haben den Ball hatten, haben wir ein bisschen laufen lassen. Also, da haben wir wirklich ein bisschen zurückgefahren. Haben wir aber nochmal eine gute Chance rausgespielt. Auch wieder schlecht verteidigt. Traore setzt sich aber auch gut ab. Und markiert seinen achten Treffer hier bereits im Turnier. Und damit ist das Hinspiel hier zu Ende. 6 zu 0. Fegen wir hier Nizza am Ende vom Platz. Das heißt, wir dürfen hier auf jeden Fall die nächste Runde sicher einplanen. Das werden die Rückspiele im Leben nicht mehr aufholen. Vor allen Dingen, weil man einfach sagen muss, es gibt einen unfassbaren Klassenunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Traore bleibt weiterhin, denke ich mal, Top-Torschütze dieses Wettbewerbs. 8 Tore so früh im Wettbewerb ist unfassbar stark. Also, wenn ihr so weitermacht, wer weiß, wo das noch hingehen kann für ihn. Wobei er natürlich im weiteren Turnierverlauf ein bisschen weniger Einsatzzeit kriegen wird als am Anfang. Aber ey, nächste Runde können wir auf jeden Fall schon mal sicher mit planen. Und im letzten Spiel dieser Episode geht es hier jetzt noch gegen den 1. FC Köln. Platz 13 für die Kölner aktuell. Bei uns in der Mannschaft gibt es wieder mal ein paar Wechsel. Mantel wieder zurück im Tor. Dedic als Rechtsverteidiger und Xavi Simmonds da für Mittelfeld ran. Dementsprechend würde ich sagen, wir starten hier rein ins Spiel. Normalerweise sollten wir keine allzu großen Probleme haben. Gewinnt dieses Spiel auch mit 2 zu 1. Ansurde Stiller und Rayo, die Torschützen. Damit finden wir hier zurück in die Spur. Nach der Niederlage gegen die Freiburger. Jetzt steht hier das Rückspiel in der Europa League an. Das machen wir dann aber in der nächsten Episode. Weiter sind wir aber ja schon so gut wie sicher. 6-0, wie gesagt, das werden die nicht mehr umdrehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Denn wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. Bis zum nächsten Mal.